Britt, kann man das schon jetzt überhaupt sagen? Kann man zurückdenken schon an das Spiel? Möchte man an das Spiel von gestern zurückdenken? Oder will man das lieber schnell beiseite wischen? Erstmal mein Deutsch ist nicht so gut, so ein Schulterbuch. Ich will auch in Englisch. Ich denke, es ist schwer, zu zurückzudenken an das Spiel von gestern. In Deutsch, bitte. Ein Schulterbuch. Nein, ich denke, es war ein schwieriges Spiel. Es war schwer. Aber ja, ich denke, dass wir stolz auf unsere Mannschaft werden. Hört sich doch so toll an, wenn Niederländer in Deutsch sprechen, oder? Also auch Britt, du spielst nächste Saison hier. Es ist wichtig, dass man nicht wieder bei Null anfängt mit einem neuen Team, ein neues System, sondern man kann aufbauen auf einem Team. Ist es möglich, wirklich wieder alle Titel anzugreifen, auch nächste Saison? Ähm, ja, ich denke, es wird uns sehr helfen, wie wir diese Saison zusammengearbeitet haben. Don't look at me like that. Ich verstehe gar nicht Englisch, also bitte in Deutsch. Ähm, nee. Ist es wirklich gut? Ähm, nein, aber ich denke, es wird uns sicher helfen. Und ich denke, wenn wir nachher schauen, was wir diese Saison erreichen, ich denke, für sicher, nächste Saison kann es sogar besser sein. Also, ja. Also, wir haben mit dem Interview hier ungefähr angefangen. Und Britt geht immer ein bisschen weiter zurück. Zum Team. Thank you very much. Britt Bongerz und Tessa Polder. Applaus Applaus